Finnland, das ist mein schönes Heimatland, in Schindlerseen bin ich geboren. In der Hütte, dort nah am Strand, weil es dies leuchtet blauen Bogen. Trinken! Gluck, gluck, gluck! Dort in der Hütte überm Herdesfeuerwerk, ich wär meine kalten Hände. Liebte dort auch ein Mädchen fein, doch das hat alles ein Ende. Trinken! Gluck, gluck, gluck! Finnland, das ist mein schönes Heimatland, in Schindlerseen bin ich geboren. Mit der Hütte, dort nah am Strand, weil es dies leuchtet blauen Bogen. Trinken! Stinken! Gluck, 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 gluck! Du Arzt in der Hütte über Herdesfeuer, werd ich mir meine kalten Helme! Nebte dort auch ein Mädchen, ein Ruck, das ist mein Mädchen! Tinken! Ich bin Boris Ruschka, ich bin 53 Jahre alt, das heißt ich bin 1967 geboren, im Südwesten Deutschlands aufgewachsen, in der Nähe von Karlsruhe, aber auf der Pfälzer Seite in der Südpfalz. Ich sollte von meinen Eltern aus ursprünglich eher bildender Künstler werden, also meine Eltern haben mich gefördert in Richtung Kunst und ich habe dann das gemacht, was sie am wenigsten von mir wollten, nämlich Theater und wovon sie am wenigsten verstanden haben. Und ich habe da unten Abitur gemacht, habe aber nichts gelernt, also ich habe nichts studiert, ich habe angefangen zu studieren und bin dann im Rahmen, nach einem Semester, im Rahmen eines Studentenjobs in Heidelberg am Stadttheater gelandet, als Bühnentechniker erst mal. Bühnentechnik, bisschen Beleuchtung und habe aber vorher Theater schon gemacht, also schon zu Schulzeiten, Theater und Kabarett, habe dann ein Jahr nach meinem Abitur in einer kleinen Schulproduktion den Mackie Messer in der Dreigroschenoper gespielt und gesungen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann in Heidelberg am Theater, als da die Dreigroschenoper gemacht wurde, ich auf der Seitenbühne stand und bei den Chören lauthals mitsang als Bühnentechniker, während da irgendwelche Vorhänge gezogen werden mussten, damals alles noch von Hand. Und dann hat die Regieassistentin mich gefragt, sag mal, du singst da überall mit, hast du Lust vielleicht mal bei uns zu hospitieren, bei der nächsten Produktion? Und dann habe ich bei einer Kleist, einem Kleist, der Familie Schroffenstein, hospitiert bei dem Stück und das habe ich zwei Wochen gemacht, dann wurde der Regieassistent krank, nicht schwer, aber dauerhaft. Und dann bin ich als Assistent da eingestiegen und habe dann gleich noch die nächste Produktion assistiert und bin dann mit einem, dann hat die Regisseurin mich beim Intendanten damals, Peter Stolzenberg, als Regieassistent durchgesetzt. Und da war ich dann vier Jahre und bin dann kurz bevor ich eigentlich eine eigene Regie hätte machen sollen, da weggegangen und nach Berlin gegangen, nach damals Ostberlin. Also es war nach der Wende. 1993 bin ich dann nach Berlin und habe da, dachte zunächst, ich werde da so eine Art, das als, naja, Bildungsaufenthalt nehmen und gehe da ins Theater und mache Kultur und gucke mir alles an. Und dann werde ich ganz viel Theater machen und das ist alles anders gekommen. Ich habe dann Wohnungen renoviert in Berlin, ich habe angefangen zu schreiben, ich bin viel ausgegangen, ich habe mich da mehr oder weniger auch ausgetobt, bis ich dann auch in so eine Berlin-Müdigkeit reinkam und keine Lust mehr hatte auf Stadt und auf Großstadt. Und ja, dann hat sich plötzlich das hier aufgetan, nach Rügen gehen zu können über Freunde, die hier Westrügen in Schweigwitz ein paar Jahre vorher ein Haus gekauft hatten. Und ich hatte das, ich kannte das schon, habe hier mal geholfen bei ihnen drüben zu renovieren, bin dann selbst hier gelandet, konnte das mit einem Freund 1999 kaufen, das Gebäude mit einem Freund zusammen. Wir hatten dann so einen Deal, er verdient das Geld in Berlin und ich baue unser gemeinsames Haus, also unser, wir waren kein Paar, sondern wir waren zwei freie Menschen. Und er hat eine Haushälfte, ich habe eine Haushälfte, er ist in Berlin geblieben und hat da ein Hostel aufgebaut. Und ich war hier auf Rügen und habe sozusagen das gemeinsame Objekt betreut und gebaut, habe mich mit Lehmbau beschäftigt und habe, ja, also alles Holz, Lehm, viel selbst gemacht. Ich hatte dann immer wieder auch Kontakt zu Theaterleuten. Ich habe in Berlin Kontakte geknüpft zu einem inzwischen schon sehr alten Freund von mir, Frank Benz, der war damals in Jena im Theaterhaus. Da waren auch Leute wie Claudia Bauer, die jetzt hier auch mitgemacht hat beim Puntila, so Regie mitgemacht hat. Oder Reinhard Gräbe, den kennt man vielleicht. Oder René Marik, der Puppenspieler. Die waren alle damals am Theaterhaus Jena und kamen dann auch immer mal hierher. Und da hier plötzlich so viel Künstlervolk aufkam im Dorf, haben wir uns überlegt, wir machen Sommerfeste und laden Schauspieler ein, Comedy-Leute ein. Und ja, die sind dann hier aufgetreten bei unseren Sommerfesten in den, ja, 2000 bis 2005 oder so was. Bis es dann irgendwann dazu kam, dass wir uns entschieden haben oder ich das wollte und mitentwickelt habe, hier ein eigenes Theater zu bauen und zu bespielen. Und so ist dann die Rote Kugel entstanden. Das heißt, der Traum von einem eigenen Theater ist erst im Laufe der Zeit gewachsen. Also der Gedanke, ein eigenes Theater aufzubauen und ein eigenes Ensemble, mit dem man spielen kann, musizieren kann, der ist schon sehr alt. Also das ist wie, wer weiß, ob es bei dem hier bleibt oder ob dann noch mehr gebaut wird irgendwann mal. Noch ein anderes Theater oder ob das hier so klappt in Zukunft als Theater. Ihr als Hinterlandbühne, wer macht da so mit? Wie viele seid ihr? Wer ist der Hauptkern? Hinterlandbühne ist ein Verein. Wir haben hier das Theater gebaut im Jahr 2008 gemeinsam. Das war noch mehr so eine Art Freundesprojekt. Da haben einige ein bisschen Geld dazu gegeben. Andere haben hier die Planung gemacht. Befreundete Zimmerleute haben hier mitgearbeitet. Und als das dann so im Rohbau stand, dann haben wir überlegt, wir brauchen irgendwie einen Rahmen dafür. Und haben dann den Verein Hinterlandbühne gegründet. Sind relativ schnell als gemeinnütziger Verein anerkannt worden. Aufgrund unserer Satzung und was wir eben vorhaben. Also das ging nicht nur um Theater. Es ging, wir sind ein Verein, der sich auch kümmert um das Bespielen von anderen interessanten Plätzen auf der Insel. Also es geht nicht nur darum, hier ein Theater zu haben, sondern es geht auch darum, wie wir im Pansewitzer Park spielen. Oder wir haben In-Binz-Szenen entwickelt an der Promenade. Und so ist dann über die Jahre eine Theaterarbeit entstanden. Und kümmern uns aber auch um Naturschutzthemen. Sind also immer mal auf irgendwelchen Demos präsent gewesen. Aber haben auch Gespräche angeleiert hier mit Bauern oder mit Landwirtschaftsbetrieben. Oder Informationsveranstaltungen gemacht zum Thema Landwirtschaft. Industrielle Landwirtschaft, ökologische Landwirtschaft. Also dieser ganze Bereich des Hinterlands, der liegt uns eben am Herzen. Traditionelles Handwerk, regionale Strukturen, regionale Wertschöpfung. Also dieses Ganze, wie man in dem Hinterland, also Rügen ist ja einerseits das Hinterland Stralsunds. Also das war ja immer so ein bisschen Stralsund, die große Festung. Und Rügen im Prinzip der Versorgungsbereich, also der Garten im Prinzip, Stralsunds, der also dann da seine Sachen hingeschoben hat. So dass Stralsund also auch zum Beispiel während des Dreißigjährigen Krieges lange Zeit belagert werden konnte, ohne dass es in die Knie ging. Weil eben auch so ein Hinterland existiert hat. Und andererseits dieses Spiel mit dem Begriff Hinterland als etwas, was ja man als rückständig oder ein bisschen doof oder einsam oder langweilig oder dass man damit spielt, dass es eben gar nicht so sein muss, sondern dass das Hinterland was ganz Besonderes ist, was ganz Besonderes sein kann. Auch eine Form von Versteck, wo interessante Menschen sich fast auf so ein bisschen geheimnisvolle Weise begegnen. Im Winter, wenn es ganz lange dunkel ist, wenn man seine Geschichten ausspinnt, wenn man den Sommer vorbereitet und viel Zeit hat. Also die ersten zwei, drei Jahre gab es Zeiten, da habe ich dann hier in meinem Haus gesessen und habe zwei Wochen mit keinem Menschen geredet. Da habe ich dann angefangen Briefe zu schreiben, so an die alten Freunde in die Welt, nach Berlin. Und inzwischen ist es so, dass ich noch nie auf keiner meiner Lebensstationen so viele Menschen kannte, Kontakte hatte, wie hier. Und zwar nicht in so einer Blase, sondern man lebt hier im Hinterland, sage ich jetzt mal. Und das ist nicht nur Rügen, sondern Hinterland gibt es ja überall, also auf dem Land. Da lebt man einfach mit Menschen zusammen, die sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge tun. Da hat man mit Handwerkern zu tun, da hat man mit Künstlern zu tun, da hat man mit Landwirten zu tun, mit jungen Leuten, mit alten Leuten. Und das ist toll, also das ist so ein Spiegel einer Vielfalt, die das Leben hier unglaublich lohnenswert macht. Und das ist auch ein Stück weit der Verein Hinterlandbühne, ein bisschen in so eine Richtung zu gucken, wie kann man auf dem Land leben, ohne zu verblöden. Und in Verbindung mit der Welt, im Austausch mit der Welt, auch im Wissen um die Welt. Und wir kriegen hier natürlich viel mehr mit, oft als Leute, ich sage jetzt mal, in der Stadt. Also was jetzt so die Klimakatastrophe angeht, wie die Jahreszeiten sich verändern, wenn man über die Jahre beobachtet, was hier alles passiert. Welche Tiere verschwinden, welche Insekten nicht mehr da sind, was für Schwankungen wir hier nachvollziehen können. Also das ist wie so ein Frühwarnsystem, so ein Stück weit, wenn man hier genau guckt, was passiert. Und wie man dem vielleicht auch ein bisschen entgegenarbeiten kann. Wir sind sieben Gründungsmitglieder in dem Verein. Das waren hauptsächlich die Mitarbeiter, die das Gebäude aufgebaut haben oder sich ausgedacht und aufgebaut haben. Und sind um die 120, 130 Fördermitglieder, die sich um diesen Kreis der ordentlichen Mitglieder, sage ich jetzt mal, gruppieren. Und aus dem Kreis der Fördermitglieder wiederum gibt es dann sehr Aktive, die auch beim Theater mitmachen, beim Chor mitmachen oder bei unseren Mittwochstreffen hier mitmachen. Und dann gibt es andere, die kommen zu den Veranstaltungen und nehmen hier teil, fördern uns durch ihr Mittun oder durch ihre Anteilnahme auch nur. Man muss ja immer wissen, wofür man was tut. Mir hier als Lebner ist die Hinterlandbühne als Verein gar nicht so ein großer Begriff. Ich habe das immer eher aus meiner Jugendzeit mitgekriegt. Hey Mittwochs, wie du das angesprochen hast, wollen wir nicht nach Schweigwitz fahren, in die Rote Kugel. Rote Kugel, was hat es damit auf sich? Wie ist der Name entstanden? Was steht dahinter? Wofür steht der Name? Ja, wir haben lange mit uns gerungen damals, hatten eine ganze Liste, wie nennen wir dieses Gebäude, wie kann man ein Gebäude beschreiben und hatten alle möglichen absurden Ideen. Das ist so eine Mischung. Dann hat sich das irgendwann, das gibt in meiner ganz persönlichen Geschichte, ist der Begriff Rote Kugel besetzt für mich mit einer, wie soll ich das beschreiben, also einer ganz persönlichen Erfahrung, die in einem Traum zu mir kam, wo mir eine Rote Kugel gegeben wurde, quasi als etwas Wertvolles oder Kostbares. Und das war ein unglaublich lebendiger Traum. Deswegen war der Begriff der Roten Kugel für mich immer sehr persönlich sehr stark besetzt. Und das war nun aber nicht die Idee, jetzt irgendeine persönliche Sache hier zum Ausdruck zu bringen, sondern die Rote Kugel ist eben auch ein Symbol aus der Alchemie. Das heißt eigentlich das Gefäß, in dem die Materia Prima, also so die Urmaterie, die meinetwegen Blei zu Gold verwandelt, oder eben das Niedere zum Hören, also das Unbewusste zum Bewussten. Also das ist eine Substanz, die eine Entwicklung in Gang setzt. Und so wie die Farbe Rot ja auch eine vorwärtsdrängende Symbolik hat, also eine energievolle, vorwärtsdrängende Symbolik. Das war die eine Ebene. Und dann ist Kugel und Kogge, es hat ja auch etwas Schiffsartiges hier, also Kogel, Kogge, das kommt aus dem, dann Shakespeare, das Globe, also das Shakespeare-Theater ist die Kugel. Also von daher hat sich das aus dieser Mischung, da sprachen dann plötzlich ganz viele, ganz viele Faktoren dafür. Wir nennen das Rote Kugel das Gebäude und das ist auch ein Bild. Eine Rote Kugel ist ein Bild und es ist eingängig und man versteht es. Und Hinterlandbühne ist im Prinzip der Verein, der dahinter steht und sich um diese ganzen Sachen kümmert. Das klingt immer sehr viel, ich finde das ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kenne nicht so wahnsinnig viele Vereine, die funktionieren oder eher Vereine, die, ich sag mal, immer so einen, so einen Leader haben, einer, der sich vorne hinstellt und sagt, das machen wir jetzt, das klingt immer mehr aus deinen Geschichten jetzt. Es treffen sich Leute, teilweise auch zufällig hier, wahrscheinlich bei einem Wein, klönen eine Runde rum und daraus entsteht eine Idee oder ein genaueres Bild und das wird dann am nächsten Tag angepackt. Ist das dann bei eurem Theaterstück Berthold Brecht ähnlich gewesen, dass ihr euch an einem Mittwoch getroffen habt und überlegt habt, hey, wie gestalten wir die Saison, was machen wir? Warum Berthold Brecht? Warum der Bundtelab? Wie seid ihr da aufgetragen? Also, das eine ist, ich bin, glaube ich, kein Leader in dem Sinn, in so einem Verein, sondern ich höre gerne zu. Also, wenn ich in eine Runde komme, dann setze ich mich normalerweise, außer ich habe gerade wirklich was auf dem Herzen, setze ich mich dazu und höre erst mal, was ist hier für eine Atmosphäre, worüber reden die gerade, passiert da gerade irgendwas? Und das kann relativ lange dauern und entweder nehme ich dann an dem Gespräch teil oder bin wieder weg. Und ich hoffe, dass ich kein Leader in dem Sinne bin, der so eine Art von Autorität ist. Klar ist man das per se, wenn man alles Mögliche macht und sich kümmert. Und beim Theater ist es aber anders. Theater ist, sage ich mal, kein, das ist jetzt erst mal eine Behauptung, die aber nicht nur von mir kommt, Theater ist kein demokratischer Prozess. Theater kann bis zu einem gewissen Grad ein demokratischer Prozess sein, aber man kann nicht jede Szene ausdiskutieren, man kann auch nicht ausdiskutieren, was machen wir denn für ein Stück. Man kann gemeinsam so ein Humus sein, aus dem sowas dann erwächst. Und im besten Fall funktioniert das auch. Es hängt aber bei uns ganz stark damit zusammen, zum Beispiel, wer macht mit, was kann man besetzen. Also die Stücke funktionieren nicht wie an einem, ich sage jetzt mal, professionellen Theater, dass du Schauspieler hast, du hast ein komplettes Ensemble, du hast den jugendlichen Liebhaber, die junge Frau und was weiß ich, sondern du hast halt, was weiß ich, die zwei, drei, vier alten Knacker, die wir sind, dann ein, zwei jüngere dabei, dann irgendwie so eine Mischung, wo man dann denkt, oh, man könnte auch mal wieder ein paar mehr Männer brauchen im Ensemble, dann muss man halt zaubern mit dem, was man hat. Oder eben Stücke spielen, die genau sich in so einem Rollenquerschnitt dann bewegen. Und der Brecht, habe ich ja schon angedeutet mit der Drei-Groschen-Oper, also es gibt da so eine persönliche Erfahrung mit dem Brecht. Es gibt, ich habe früher viel Brecht auch gesungen, ich habe mit Gisela May zwei Sommerakademien gemacht, wo es um Liedgestaltung und Brecht-Eisler-Songs ging. Und deswegen liegt er mir sehr am Herzen. Und das war nach der Wende ein bisschen so, naja, jetzt wird ja alles anders und gut. Und jetzt ist das ganze Osten und Westen und Rot und Nicht und Links und sonst was, alles löst sich in Wohlgefallen auf, alles wird toll, allen geht es besser, alle sind glücklich und feiern nur noch. Naja, inzwischen sehen wir ja, wie es aussieht in der Welt, also zwischen Industrienationen und wirklich armen Ländern, also die Kluft ist nach wie vor da, die Kluft ist innerhalb der Länder da, die Kluft ist innerhalb der Gesellschaft da, sie ist auf der Insel da, sie ist, also du hast überall dieses Ding von denen, die wenig haben und denen, die eben überhaupt nicht drüber nachdenken müssen, ob sie irgendwie, ob Geld eine Rolle spielt oder sowas. Und wir wissen inzwischen auch, dass die, die eben sehr viel haben, auch entsprechend stark zur Veränderung des Weltklimas beitragen. Und also Brecht ist insoweit so aktuell mit seinen Fragen, die er stellt, wo kommt das Elend her und was kann man tun und wie kann man Ideen entwickeln, um dieses Elend, das auf diesem Planeten herrscht, zu verändern, zum Guten zu verändern. Und wie kann man die Menschen ermächtigen, dass sie die Dinge in die Hand nehmen und frei werden, frei werden von diesem Zwang, unter dem sie stehen, von dem Zwang, sich ernähren zu müssen, von dem Zwang, für andere arbeiten zu müssen. Also diese ganzen Fragen, denen geht er in seinen Stücken auf verschiedenste Weise nach. Und das ist nicht, ich dachte da eine Zeit lang auch, ja, das ist immer so ein bisschen was Belehrendes bei Brecht, aber das stimmt nicht unbedingt. Es sind eher Versuchsanordnungen, die er einem vorführt. Und zum Beispiel, wir haben mit dem Gedanken gespielt, die heilige Johanna der Schlachthöfe zu machen. Unabhängig von den Schlachthöfen, das ist ja auch gerade sehr aktuell, geht es eigentlich da drin um die Frage, ob man das Elend und die Armut lindern soll, wo man sie trifft, oder ob man sie verschärfen soll, damit es zum Aufstand kommt. Also ist die Frage, rettet man den Flüchtling aus dem Mittelmeer oder filmt man ihn beim Ertrinken? Womit erzielt man die größere Wirkung? Das ist nicht als Idee, so oder so geht es, sondern das ist als Versuchsanordnung. Guckt es euch an und fragt euch selbst, was macht Sinn? Wie geht man mit solchen Themen um? Und das ist da eine zentrale Frage. Beim Puntiler ist es die zentrale Frage, naja, die Reichen, die sich gemein machen, wenn sie besoffen sind, dann oder wie auch immer, dann kommen sie gern mal und sind großzügig und was auch immer. Aber wenn sie auf Privilegien verzichten sollen, was weiß ich, ein anderes Steuersystem oder irgendwie, dann sind sie knallhart. Und dann können sie noch so nett sein im privaten Umgang. Ihre Rechte und ihre Vorteile geben sie nicht so leicht auf. Die muss man sich erobern. Und so hat er Stücke, Galilee ist ein Stück, in dem geht es um, naja, sagen wir damals die Atomrakete. Was ist Atom? Ist das eine segensreiche Kraft oder ist das das Ende der Zivilisation? Gentechnik, was auch immer. Das sind alles Themen, die in diesen Stücken schon, die da durchgearbeitet werden. Von daher ist er sehr, sehr aktuell. Aber nicht nur das, er ist ja nach Shakespeare, soweit ich weiß, der meistgespielte Autor weltweit. Das heißt, das liegt einerseits an den Themen, aber er ist auch ein ganz großer Sprachvirtuose. Er ist sehr stark geprägt von dem Lutherdeutsch, also von der Lutherbibel, die er als Kind oder als Jugendlicher intensiv bearbeitet hat, obwohl er nie, keiner, also totale Atheist gewesen, aber hat sich eben durch diese Sprache berauscht, könnte man sagen. Und das begegnet einem in den Stücken, also die Klangqualität seiner Sprache, die Genauigkeit der Formulierungen. Das ist etwas, was selten vorkommt in der deutschen Theaterliteratur. Da ist er ein toller Typ gewesen. Also auch, er muss ein sehr guter Regisseur gewesen sein. Wir wollten was über sein Leben machen und haben da keinen Zugang gefunden. Das ist merkwürdig, er bleibt merkwürdig blass als Figur. Die, die ihn erlebt haben, schildern das irgendwie sehr, sehr lebendig. Aber als, das ist nicht so, dass man wie bei Goethe zum Beispiel so ein ganz buntes Leben dann irgendwie auch vorführen kann, was der Mann alles gemacht hat, wo er überall war, wie er, was für Brüche in seiner Existenz sind. Klar, bei Brecht ist es das Exil, das ist die Zeit in 20er Jahren. Und das ist dann in der jungen DDR der Aufbau des Berliner Ensembles und die Arbeit an der Zukunft letztlich. Wir haben uns jetzt, mal sehen, entschieden, nächstes Jahr im Park die Mutter Courage zu machen von ihm. Das ist ja sozusagen eine der Ikonen der deutschen Theaterliteratur. Und wir können es gerade besetzen, das ist eben die Entscheidung letztlich. Wir können das Stück jetzt besetzen, weil wir ein sehr starkes Frauenensemble haben. Das brauchen wir da auch. Und das liefert gerade so ein bisschen die Entscheidungshilfe. Und das ist ein tolles Stück. Nachdem ich jetzt, ich habe das immer weggeschoben und dachte immer, das ist so dunkel und Krieg und 30-jähriger Krieg. Und ich habe da immer nur so Grau- und Braun-Töne gesehen und diesen Wagen. Und merke aber, dass es auch sehr witzig ist und sehr, dieses, das ist toll bei Brecht. Du sitzt, du spielst nicht das Grauen auf der Bühne und die Leute sagen, ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Sondern du spielst leicht und frei eigentlich ein lustiges Stück und das stürzt immer wieder ab zum Publikum hin. Und das Publikum sitzt nur da und sagt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht sein. Also das ist ein bisschen beim Puntila ja auch, wo der Sympathieträger Matti dann die Eva irgendwie in diese Prüfung reinjagt, ob sie als seine Ehefrau geeignet ist und sie dabei total demütigt. Und man wundert sich, warum dieser Nette jetzt diese Frau so fertig macht. Und da zeigt Brecht aber, wenn die Situation, wenn die Verhältnisse so sind, wie sie jetzt sind, gibt es nicht Gut und Böse. Dann gibt es nur Böse. Da, wo die Großen und die Reichen und die Mächtigen so groß und mächtig sind, wie sie sind, sind die Kleinen. Und sie können auch nur Böse sein und können nur dagegen kämpfen. Und wie er das, ich glaube, an die Nachgeborenen in dem Gedicht sagte, wir, die wir, sinngemäß, wir, die wir das Gute in der Welt wollten und selbst gut sein wollten, wir konnten nicht gut sein, wir mussten selbst böse werden, um die Welt so zu verändern. Tja, das ist deswegen Brecht. Das war jetzt ein großer Brecht-Vortrag. Ja. Werte Damen und werte Herren, Frauen und Männer, Junge und Alte, Arme und Reiche, Gesunde und Kranke, Wir spielen Ihnen heute ein Stück vor, was von der guten alten Zeit handelt, als es noch Herren gab und Knechte, Ausbeuter und Ausgebeutete, als es noch ein Oben und ein Unten gab. Seit die moderne Zeit uns in ihren Wohlstand versenkt hat, sind all diese Unterschiede ein für allemal eingeebenet und der Mensch ist des Menschen Freundin und Helferin. Jedoch erinnern wir uns immer wieder gern an diese alte Zeit, als beispielsweise der deutsche Dichter Berthold Brecht in seinem finnischen Exil sitzend gegen das Naziregime anschrieb, das ihn vertrieben hatte, und gegen die Herrschaft der Großen und Mächtigen. Sicherlich wäre es ihm eine Freude, wenn sein Blick aus den finsteren Zeiten auf unsere Zeiten der Aufklärung und des Lichts gefallen wäre. Wer bist du? Ich bin Ihr Chauffeur, Herr Puntila. Das kann jeder sagen. Ich kenne dich nicht. Ich bin Ihr Chauffeur. Sag's nochmal. Ihr Chauffeur, Herr Puntila. Ich kenne dich immer noch nicht. Vielleicht haben sie mich nie richtig angesehen. Ich bin erst seit fünf Wochen bei Ihnen. Wann kommst du jetzt her? Von draußen. Ich warte seit zwei Tagen im Wagen. In welchem Wagen? In Ihrem. In dem Studebaker. Komm mir komisch vor. Und ich habe nicht vor, noch länger draußen auf Sie zu warten. Ich habe es bis hierher. So können Sie einen Menschen nicht behandeln. Was heißt einen Menschen? Bist du ein Mensch? Vorhin hast du gesagt, du bist ein Chauffeur. Das werden Sie gleich merken, ob ich ein Mensch bin. Dann zahlen Sie mich aus. 175 Mark und mein Zeugnis hole ich mir auf Puntila. Ja, stimmt. Kenn ich. Ach, wie gern wird der Puntila mit euch die Birken fällen und die Steine aus den Äckern graben und den Traktor dirigieren. Aber lasst man ihn? Mir haben sie von Anfang an einen harten Kragen umgelegt. Es passt sich nicht, dass der Papa pflügt. Es passt sich nicht, dass der Papa mit den Mädchen spielt. Es passt sich nicht, dass der Papa mit den Arbeitern Kaffee trinkt. Aber jetzt, jetzt passt es mir nicht mehr, dass es sich nicht passt. Und ich fahre nach Korgela und verlobe meine Tochter mit dem Attaché. Und dann sitze ich in Hemdsärmeln beim Essen und habe keinen Aufpasser mehr, denn die Klinkmann kuscht tief, ickig und basta. Und euch lege ich beim Lohn zu. Denn die Welt ist groß und ich behalte meinen Wald. Und es reicht für euch. Und es reicht für den Herrn auf Puntila. Ich möchte sicher sein, dass da keine Kluft mehr ist zwischen uns. Sag, dass keine Kluft ist. Ich nehme es als einen Befehl, Herr Puntila, dass da keine Kluft ist zwischen uns. Bruder, wir müssen vom Geld reden. Unbedingt. Es ist aber niedrig vom Geld reden. Dann reden wir nicht vom Geld reden. Falsch. Denn, frage ich, warum sollen wir nicht niedrig sein? Sind wir nicht freie Menschen? Nein. Du bist ein wunderbarer Mensch. Hier, nimm meine Brieftasche, zahl den Schnaps, steck sie ein, ich verliere sie nur. Ich verliere alles. Aufheben, raustragen. Ich wollte, ich hätte nichts, das wäre mir am liebsten. Ich verliere alles. Geld stinkt, das merkt ihr. Das wäre mein Traum. Dass wir zu Fuß durch das schöne Finnland gingen. Oder vielleicht nur einen kleinen Zweisitzer. Das bisschen Benzin würden uns überall pumpen und ab und zu, wenn wir müde sind, gingen wir in eine Schenke wie die und tränkten ein Gläschen aufs Holz hacken. Was kannst du mit der linken Hand machen, Bruder? Mitkommen? Was ist nochmal glücklich gegangen? Was der Punti da anfragt, das glückt. Wenn du mich fragst, ich rate dir ab von dem Attaché, das ist kein Mann. Nimm den Mati, mit dem unterhält sich jede. Du bist unmöglich, Papa. Nehmen Sie den Koffer mit nach oben. Halt! Passt eine Flasche raus mit ihm. Oder zwei. Ich muss mit dir nochmal eine Flasche besprechen, ob mir der Attaché passt. Hast du dich wenigstens verlobt mit ihm? Nein, ich habe mich nicht verlobt mit ihm. Wir haben nicht über solche Dinge gesprochen. Lass uns die nicht verlobt mit ihm. Was? Nicht verlobt? Nein. In drei Tagen? Was habt ihr denn sonst gemacht? Mir gefällt das von dem Menschen nicht. Ich verlobe mich in drei Minuten. Hol ihn runter, ich hole den Küchenmädchen und dann zeige ich ihnen, wie ich mich wieder blitzverlobe. Hol die Flaschen raus in Burgunder oder... Nein, den Likör. Nein, nein, jetzt blickst du nicht mehr. Tragen Sie den Koffer in mein Zimmer. Das zweite rechte von der Treppe. Eva, schau es mir nügendwo. Ich kann mal ein Runterfeld aus, Rasien. Mann, ich kriege den Koffer. So behandelt also ein Kind seinen Vater. Ich gehe weg von mir, mir gefällt es nicht. Werde ich empfangen mit liebenden Armen? Kalte Vorwürfe. Ich gehe weg von hier. Dass ich von meiner eigenen Tochter keinen Schnaps bekomme. Dass ich raus muss in die Nacht und schauen, wer mal eine Flasche gibt oder zwei. Papa, zieh den Mantel wieder aus. Eva, du bist ruhig und ehrst deinen Vater und Mutter, auf das du lange lebst auf Erden. Das ist ein schönes Haus, wo die Gedärme der Gäste zum Trocknen an die Leine gehängt werden sollen. Und jetzt fahre ich los, dass der Boden schallt und alle Kurven vor Schrecken gerade werden. Nein, Papa, Papa, jetzt warte doch. Halten Sie den Herrn auf, sieh! Papa! Zu spät. Er ist zu behändig. Jetzt habe ich den Schnaps und habe gar kein Mädchen. Und du hast keinen Schnaps und keinen Mann. Schöne Apothekerin, ich möchte mich mit dir verloben. Vielen Dank, Herr Puntila aus Lamy. Aber ich verlobe mich nur nach dem Gesetz mit einem Schluck Wein und einem Ring. Einverstanden, wenn du dich nur mit mir verlobst. Also, halt dich an den Puntila. Da, nimm einen Schluck. Aber wo ist der Ring? Es heißt, ein Schluck Wein und einen Ring. Hast du denn keine Gardinenringe? Brauchen Sie einen oder mehrere? Viele, nicht einen Mädchen. Der Puntila braucht von allem viel. Ring! Einen Schluck aus der Flasche. Und am Sonntag über acht Tage kommst du nach Puntila. Da ist große Verloben. Wie ist es mit dir? Am Sonntag über acht Tage. Hier ist der Ring. Da einen Schluck nimm aus der Flasche. Und alles ist gesetzlich und in Ordnung. Am Sonntag über acht Tage kommst du nach Puntila. Abgemacht? Abgemacht. Gleich stieg ein Telegramm ins Hauptamt, dass du den Puntila aus Lamy heiratest. Da nimm den Ring. Und einen Schluck nimm aus der Flasche. Und alles ist in Ordnung. Nach dem Gesetz. Und am Sonntag über acht Tage kommst du nach Puntila. Ich werde da sein. Schmuggler Emma. Nee, die Frau, Sie haben wohl gehört, dass ich mich allgemein verlobe hier. Und hoffe, Sie werden nicht fehlen. Ein Ring und einen Schluck aus der Flasche. Danke. Als das Pflaumenmus wir aßen, war er lang auf uns davon. Aber glaubt uns nie vergassen, wir den schönen jungen Mann. Oh, ihr Mädchen vom Tawasplan. All die früh aufgestanden sind, jahrelang umsonst, bis der Puntila kommt. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mit Ihnen so diskrete Sachen bespreche. Das ist eine ganz menschliche Angewohnheit, dass man was miteinander bespricht. Das ist ein großer Vorsprung, den wir vor den Tieren haben. Wenn zum Beispiel die Kühe sich miteinander besprechen könnten, gäbe es den Schlachthof nicht mehr lang. Was hat das damit zu tun, dass ich sage, dass ich mit dem Attaché wahrscheinlich nicht glücklich werde und dass er zurücktreten müsste? Nur, wie könnte man ihm das andeuten? Ja, mit dem Zaunpfahl wird es nicht genügen. Es müsste schon ein ganzer Mast sein. Und wie wollen Sie das andeuten? Na, ich meine, das müsste ich machen. Ich bin roh! Und wie stellen Sie sich das vor? Nehmen wir an, ich hätte mich ermuntert gefühlt durch die freundlichen Worte vom Herrn Puntila, dass Sie mich nehmen sollen, die er in der Besoffenheit hat fallen lassen. Und Sie fühlen sich angezogen durch meine hohe Kraft. Denkt uns an Tarzahn. Und der Attaché überrascht uns und stellt fest, sie ist meiner nicht wert. Sie treibt sich mit einem Chauffeur herum. Das kann ich nicht von Ihnen verlangen. Ach, das wäre ein ganz normaler Dienst wie Wagen putzen. Sie bräuchten eine Viertelstunde und wir brauchen ihm nur zu zeigen, dass wir intim sind. Und wie wolltest du es zeigen? Ich könnte sie zum Beispiel mit dem Vornamen anreden, wenn er dabei steht. Wie zum Beispiel? Die Bluse ist dem Genick nicht zu, Eva. Aber, aber, aber sie ist doch zu. Ach so, jetzt haben Sie schon gespielt. Aber das ist ihm gleich. So penibel ist er nicht, dafür hat er zu viele Schulden. Na, dann könnte ich ja mit einem Sacktüchel wie aus Versehen ihren Strumpf rausziehen, dass er es sieht. Hm, das ist schon besser. Aber da wird er sagen, sie haben ihn sich nur gegrapscht, wie ich nicht dabei war, weil sie mich heimlich verehren. Sie haben keine schlechte Fantasie in solchen Dingen, wie mir scheint. Ja, ich tue mein Bestes. Ich stelle mir alle möglichen Situationen und verfänglichen Gelegenheiten zwischen uns zwei vor, dass mir was Passendes einfällt. Also, also das lassen Sie bleiben. Töne, ich lasse es bleiben. Was denn zum Beispiel? Wenn er so große Schulden hat, müssen wir schon direkt zusammen aus der Badehütte herauskommen. Unter dem geht's nicht. Das darfst du nicht! Eva! Weiter, weiter in blinder Leidenschaft. Wenn Sie hereinkommen, müssen wir ran, da hilft nichts. Das geht nicht. Dann gehen Sie hinaus, aber wie ein begossener Pudel. Eva! Du hast gerufen, Papa. Ich wollte mich nur umziehen und etwas schwimmen gehen. Was denkst du dir dabei, dich in der Badehütte herumzutreiben? Meinst du, wir haben keine Ohren? Sei doch nicht so jetz und ich pundi da. Warum soll die Eva nicht in die Badestube? Was sollst du denn gehört haben? Es war doch nichts. Es war nichts. Das ist bei dir. Es war nichts. Vielleicht schaust du dich um. Ich habe mit dem gnädigen Fräulein nur 66 gespielt. Da sind die Karten. Das ist ein Missverständnis von ihrer Seite. Du hältst das Maul. Du bist gekündigt. Was soll der eine von dir denken? Weißt du, Punti da, wenn sie nur 66 gespielt haben, ist das ein Missverständnis. Komm, Punti da, wir gehen ein Billard spielen. Eva will abgehen, wobei sie den Gang wieder vorführt, den sie im Kino gesehen hat. Ich habe es mir überlegt, ich werde doch mitkommen. Ich werde sie rudern. Sind sie nicht so müde? Ich bin aufgewacht und fühle mich ganz frisch. Sie müssen aber noch sich umziehen, dass sie besser warten können. Die Geräte sind in der Geschirrkammer. Herein, der Richter. Oh, die finnische Sommernacht. Oh, die finnische Sommernacht. Oh, die finnische Sommernacht. Um jedes Gebüsch an der Straße müsste ein Stacheldrahtzaun gezogen werden. Ins Dampfbad gehen die Geschlechter einzeln, weil sonst die Versuchung zu groß wird. Und danach geht es zusammen über die Wiesen. Sie sind überhaupt nicht zu halten im Sommer. Von den Fahrrädern steigen sie ab, auf die Heuböden kriechen sie hinauf. In der Küche passiert's, weil es zu heiß ist und im Freien, weil so ein frischer Luftzug geht. Zum Teil machen sie die Kinder, weil der Sommer so kurz und zum Teil, weil der Winter so lang ist. Oh, die finnische Sommernacht. 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 Und jetzt, ich hab ein Schwein schlachten lassen, das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und überhaupt, hab ich schon, mein Zimmer wird zugesperrt, richtig danach. Und der See und der Berg und die Wolken überm Berg, teuer ist dem taresländischen Volk. Und der See und der Berg und die Wolken überm Berg, teuer ist dem taresländischen Volk. Teuer ist dem taresländischen Volk. Teuer ist dem taresländischen Volk. Ihr geht vom Gut. Gut, die vier Frauen werfen ihre Strohgrenze auf die Erde und gehen vom Hof. Aber von etwas müssen sie erreicht werden. Ein Gutsherr aus unserer Gegend hat sich in einer Nacht im Winter 1908 von seinem Häusler übers Eis vom See füllen lassen. Sie haben gewusst, dass im Eis ein Riss war, aber nicht wo. Und der Häusler hat vorausgehen müssen, die zwölf Kilometer. Dem Herrn ist Angst geworden. Und er hat ihm ein Gaul versprochen, wenn sie hinüberkommen. Wie sie so in der Mitte gewesen sind, hat er wieder geredet und gesagt, wenn du durchfindest und dich brech nicht ein, kriegst du ein Kalt. Dann hat man die Lichter von einem Dorf gesehen und er hat gesagt, gib dir Müll, damit du dir die Uhr verdienst. 50 Meter vom Ufer hat er noch von einem Sack Kartoffeln gesprochen. Und wie sie da waren, hat er ihm eine Marke gegeben und gesagt, lang hast du gebraucht. Er hat einen Zugpum für ihre Witze und Tricks und fallen ihn immer wieder herein. Warum? Ah, Eva hat den zweiten Stiefel noch nicht ausgezogen. Sie, 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 sie. Wir sind enttäuscht von dir, Eva. Und wenn ich abends müde heimkomme, fehlt die Feinfühligkeit. Zum Beispiel das Maulhalten. Wir sind enttäuscht von dir, Eva. Ja, und dann werde ich mitten in der Nacht gerufen, um den besoffenen Alten von der Station abzuholen. Und was ist dann? Das werde ich dir zeigen. Was? Mitten in der Nacht, wo mein Mann gerade heimgekommen ist und seinen Schlaf braucht? Das ist die Höhe. Er soll seinen Rausch im Straßengraben ausschlafen. Bevor ich meinen Mann hinausschick, verstecke ich ihm die Hosen. Die Leute so nachts schlafen, dass Leute herauskommen, als ob es nicht tagsüber schon genug Schinderei wäre. Mein Mann kommt heim und fällt mir ans Bett wie ein Toter. Ich kündige! War das besser? Das ist eine schöne Leistung. Ich werde zwar gekündigt, aber wenn du das meiner Mutter vormachst, ist sie gefordert. Matti hat Eva mit der Hand auf den Hintern geschlagen. Lassen Sie das! Wie können Sie sich unterstehen und hinzuhauen? Was ist denn? Ich fürchte, du bist zu guter Letzt doch noch durchs Examen gefallen. Du kannst deine Verlobung leider nicht haben. Gute Nacht! Eva! Eva! Matti, ich bin fertig mit ihr. Ich verschaffe ihr einen Mann, einen prachtvollen Menschen und mache sie glücklich, dass sie jeden Morgen aufsteht und singt wie eine Lerche. Und sie, sie ist sich zu fein dazu und zweifelt. Ich verstoße sie. Ich enterbe dich! Verpack deine Fetzen und verschwinde aus meinem Haus! Du bist meine Tochter nicht mehr! Meinst du, ich habe nicht gemerkt, wie du Faszinata schee genommen hättest? Nur weil ich dir befohlen habe, du wisch! Weil du keinen Charakter hast! Und, Tila, ich empfehle mich. Ja, geh nur und lass einen gramgebeugten Vater zurück. Verstehe nicht, wie soll eine solchen Tochter kommen, die ich bei der Sodomiterei erwische mit einer diplomatischen Heuschreck? Jede Kuma, könnt ihr sagen, wozu der Herrgott ihr einen Hintern geschaffen hat, im Schweiß seines Angesichts. Damit sie bei einem Mann liegt und sich die Finger ableckt nach ihm, wenn sie einen Mann zu Gesicht bekommen. Matti, das hat mir sehr gefallen, wie du sie geprüft hast. Trink noch ein halbes Glas. Entschuldigen Sie, dass ich Ihrer Tochter den Hintern getätschelt habe. Das hat nicht zur Prüfung gehört, sondern war als Aufmunterung gedacht. Hat aber die Kluft aufscheinen lassen zwischen uns. Sie werden es gemerkt haben. Matti, ich habe nichts zu entschuldigen. Ich habe keine Tochter mehr. Seins nicht unversöhnlich. Wozu, das ist, was ich für die Head lich Vielen Dank für's Zuschauen.